In diesem Video möchte ich die Lösung von Differenzialgleichungen mit der Momentenmethode oder mit kurz der MOM an einem einfachen Beispiel demonstrieren. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man das Video über die Grundlagen der Momentenmethode gesehen haben. So, und dieses Beispiel soll mal ein einfaches, ein vergleichsweise triviales Beispiel sein. Die zu lösende Differenzialgleichung, da soll mal die zweite Ableitung einer Funktion von x auftauchen und nur diese und die soll gleich minus x² sein. Und da das eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung ist, brauchen wir jetzt eben zwei Randbedingungen, die die Lösung dann eindeutig festlegen. Und die sollen mal sein, dass die Funktion an der Stelle 0 den Wert 0 hat und an der Stelle 1 soll die Funktion auch den Wert 0 haben. So, und diese Differenzialgleichung kann man jetzt relativ einfach lösen, indem man sie mal unbestimmt integriert. Dann wird aus der zweiten Ableitung der Funktion hier die erste Ableitung der Funktion. Und auch auf dieser Seite müssen wir unbestimmt integrieren. Dann wird aus x² eben x hoch 3 Drittel. Und da wir unbestimmt integriert haben, kommt noch eine Integrationskonstante dazu. Die nenne ich mal c und eine 1, weil wir gleich nochmal unbestimmt integrieren und da noch eine zweite Integrationskonstante dazu kommt. So, und wir integrieren eben nochmal unbestimmt. Und dann steht schon unsere gesuchte Funktion f von x da. Aus x hoch 3 wird jetzt eben x hoch 4 integriert. Und x hoch 4 Viertel und 4 mal 3 ergibt 12. Und die Konstante c1 integriert nach x ergibt c1 mal x. Und dann taucht hier eben noch eine zweite Integrationskonstante c2 auf für die zweite unbestimmte Integration. So, diese unbekannten Integrationskonstanten kann man jetzt bestimmen, indem man die Randbedingungen einsetzt. Wenn man das mal macht, dass f an der Stelle 0, also für x 0 eingesetzt, dann fällt dieser Term weg, dann fällt dieser Term weg. Dann ist das einzige, was von der Lösung über bleibt, das c2. Und diese Randbedingung soll ja 0 ergeben, woraus jetzt eben direkt folgt, dass das c2 0 ist. Dann kann man noch die andere Randbedingung aufschreiben. Mal x gleich 1 in die Gleichung einsetzen. Dann 1 hoch 4 ist immer noch 1, sodass dort überbleibt minus 1 Zwölfte. Und ja, c1 mal 1 ist c1. Dann steht dort plus c1. Und das Ganze soll eben auch 0 ergeben. Ja, sodass, wenn man die Gleichung jetzt nach c1 umstellt, dann dort steht, dass c1 gleich 1 Zwölfte ist. Ja, jetzt sind die beiden Integrationskonstanten bestimmt. Dann kann man die wieder in diese Gleichung hier vorne einsetzen. Dann steht hier 1 Zwölfte x. Und hier taucht auch 1 Zwölfte als Faktor auf. Ich schreibe mal die fertige Lösung der Gleichung nochmal hier oben hin. Und klammere diesen Faktor von 1 Zwölfte direkt mal aus. Und dann steht dort eben 1 Zwölfte mal x minus x hoch 4. Und das ist die fertige Lösung dieser Differenzialgleichung, die jetzt vollkommen unabhängig von der Momentenmethode bestimmt wurde. So, warum möchte man die Lösung der Differenzialgleichung hier schon mal wissen? Erstens, damit man weiß ungefähr, wo man hin will. Und zweitens, damit wir am Ende ein Ergebnis haben, mit dem wir die Lösung der Mom irgendwie vergleichen können. So, dass man zum Beispiel auch den Fehler oder die Ungenauigkeit abschätzen kann. So, diesen Lösungsweg hier, den lösche ich jetzt erstmal wieder. Und jetzt geht es eben darum, diese Differenzialgleichung mit der Momentenmethode zu lösen. Dazu braucht man als erstes erstmal die Basisfunktion, mit dem man jetzt versucht, diese unbekannte Funktion f von x zu entwickeln. Und an diese Basisfunktionen wurden gewisse Anforderungen gestellt. Die sollten erstmal der vermuteten Lösung irgendwie relativ nahe kommen, um eben die Lösung gut abzubilden. Dann sollten die Linien ja unabhängig voneinander sein, also unterschiedlich in gewisser Art. Und die müssen natürlich sich irgendwie auf diese Gleichung hier anwenden lassen. Also, sie sollten sich mindestens zweimal ableiten lassen. Ja, und da jetzt eben eine geeignete oder einen geeigneten Satz von Basisfunktionen zu finden, ist tatsächlich gar keine so triviale Aufgabe. Aber wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, stellt man fest, also als Basisfunktion Psi n. Ich schreibe hier nochmal hin, dass diese Basisfunktionen jetzt eben explizit von x abhängen. Wenn man dort mal wählt, x minus x hoch n plus 1, eben mit dieser Zählvariable n, die anfängt bei 0 zu 10, also 0, 1, 2 und so weiter bis N. Ja, dann steckt da halt irgendwie erstmal ein x drin als lineare Funktion und eben eine Potenz von x. Und, ja, dann sollte die 0. Basisfunktion, also das Psi 0 von x, das sollte die inhomogenen Randbedingungen, die in dem Fall eben auch beide 0 sind, aber trotzdem die inhomogenen Randbedingungen dieser Differenzialgleichung erfüllen, das können wir mal ausprobieren. Also, das n auf 0 setzen, dann steht da x minus x hoch 1 und x hoch 1 ist x und x minus x ist 0. Ja, und die inhomogenen Randbedingungen sind eben auch 0, sodass man festhalten kann, diese 0. Basisfunktion, die erfüllt auf jeden Fall die inhomogenen Randbedingungen. Und jetzt kann man sich mal noch die anderen Basisfunktionen anschauen an den Rändern, also an der Stelle x gleich 0. Ja, direkt hier oben die 0 eingesetzt, steht da 0 minus 0, sodass diese, also alle weiteren Psi n an der Stelle 0 eben 0 ergeben. Und genau das gleiche kann man sich nochmal anschauen, die Psi n an der Stelle 1. Dann steht hier 1, 1 hoch irgendwas ist immer noch 1 und 1 minus 1 ist ebenfalls 0, sodass man festhalten kann, die weiteren Basisfunktionen Psi n, die füllen auf jeden Fall homogene Randbedingungen, die verschwinden an den Rändern. So, dass diese gewählten Basisfunktionen jetzt hier linear unabhängig voneinander sind, das werden wir jetzt hier nicht nachweisen, aber man kann sich vorstellen, also die 0. Basisfunktion ist halt 0 und die nächste wäre ja dann x minus x², die nächste wäre x minus x hoch 3, die, also und x² und x hoch 3, die sind auf jeden Fall irgendwie linear unabhängig voneinander. Ja, sodass dieser Satz von Basisfunktionen wahrscheinlich eine geeignete Wahl darstellt. So, ich lösche mal diese Probe der Randbedingungen hier. Als nächstes brauchte man zur Lösung mithilfe der Momentenmethode jetzt eben Gewichtsfunktionen. Und eine Variante wäre jetzt als Gewichtsfunktion eben Delta-Funktionen zu nehmen und dieses Point-Matching-Verfahren anzustreben, da wir jetzt hier versuchen mit einer geringen Anzahl von Basisfunktionen auszukommen. Ist es aber nicht gut Point-Matching zu machen, weil da eben so ein bisschen die Genauigkeit darunter leidet. Also wählen wir hier mal die zweite Variante, das allgemeine Verfahren und zwar im Spezialfall mit dieser Galerkin-Methode und wählen als Gewichtsfunktionen wj von x eben genau das gleiche wie die Basisfunktion, also x minus x hoch jetzt mit dem Zähler j plus 1. Und dieser Zähler j, der beginnt eben erst bei 1 zu 10, also 1, 2 Komma bis Groß N. So, jetzt haben wir Basisfunktionen und Gewichtsfunktionen. Jetzt konnte man eben die gesuchte Funktion durch diese Basisfunktion ausdrücken, das Ganze in die Differenzialgleichung einsetzen, daraus diese algebraische Gleichung machen und da diese Vereinfachung wählen und dann tauchten ein paar Vereinfachungen auf, nämlich die Funktionen, die hießen g n von x und die ergaben sich eben daraus, wie wirkte der Operator, der in dieser Differenzialgleichung auftaucht, auf die gewählten Basisfunktionen psi n von x. Und der Operator, der in der Gleichung auftaucht, ist eben die zweite Ableitung. Also muss man sich jetzt mal überlegen, wie sieht die zweite Ableitung von den Basisfunktionen aus. Also nehmen wir diese Basisfunktionen und leiten die einmal ab. Das x abgeleitet ist dann 1, das hinten abgeleitet ist eine Potenzfunktion, also der alte Exponent kommt nach vorn, n plus 1 und der Exponent wird um 1 erniedrigt, dann steht da mal x hoch n. So, und das Ganze müssen wir jetzt eben noch einmal ableiten. Die 1 abgeleitet fällt dann weg, weil es eine Konstante ist, dann ist das erstmal ein konstanter Faktor, minus n plus 1. Dann ist der alte Exponent, der nach vorn kommt, eben ein n mal n und der Exponent wird nochmal um 1 erniedrigt, mal x hoch n minus 1. Das ist jetzt diese Funktion g n von x, die dort auftauchte. Und dann gab es noch eine zweite Funktion oder eine zweite Ersetzung oder Vereinfachung oder Verkürzung der Schreibweise, die hier getroffen wurde. Das war das h von x und das h von x war die eigentliche rechte Seite der Differenzialgleichung. Das, was hier drüben steht, das steht, das hieß mal ganz am Anfang g von x und dann minus, wie der Operator in der Differenzialgleichung auf die nullte Basisfunktion wirkt. So, und wie gesagt, das ist die rechte Seite der Differenzialgleichung, das ist minus x² und die nullte Basisfunktion, die war ja einfach 0 und die zweite Ableitung, eben der Operator in der Differenzialgleichung, die zweite Ableitung von 0 ist immer noch 0, sodass hier eben einfach minus x² rauskommt. So, und jetzt ist der nächste Schritt mit diesen Funktionen eben die Koeffizienten oder die Matrix-Elemente in dem Gleichungssystem auszurechnen. Und für diese Matrix-Elemente gab es eine Bestimmungsgleichung und zwar, dass das A, J, N in der Matrix sich eben bestimmte aus dem Integral über das gesamte Definitionsgebiet und das Definitionsgebiet geht hier von 0 bis 1 und dann von der J-Tin-Gewichtsfunktion multipliziert mit dieser N-Tin oder mit dem Gn von x und das Ganze über alle x integriert. So, und das muss man jetzt eben leider tatsächlich ausrechnen von Hand für alle Fälle, die hier auftauchen. Also wir fangen mal an mit dem A11. Das ist dann eben das Integral von 0 bis 1, so als von der ersten Gewichtsfunktion. Die erste Gewichtsfunktion lautet x minus x hoch, wenn das J1 ist, dann steht da x² und das Ganze jetzt multipliziert mit der ersten Funktion von diesen Gs, also da, wo hier hinten eben jetzt wir eine 1 einsetzen. So, wenn hier eine 1 steht, dann kommt da eine 2 raus, 2 mal 1 sind immer noch 2 mal x hoch 0. Also minus 2 mal x hoch 0 und x hoch 0 ist 1, also bleibt da einfach über mal minus 2. Das Ganze jetzt nach x integriert. So, jetzt kann man diese minus 2 zum Beispiel mal vor das Integral ziehen. Dann steht da minus 2 mal und dann kann man dieses Integral hier direkt ausrechnen. Das x nach x integriert wäre eben x² halbe und das x² nach x integriert wäre minus x hoch 3 Drittel als Stammfunktion und das Ganze jetzt eben in den Grenzen von 0 bis 1. Ja, und jetzt muss man es einsetzen. 1 halb minus 1 Drittel ist 1 Sechstel und 1 Sechstel mal 2 ist wieder 1 Drittel und das Ganze mit dem Minus davor ergibt eben minus 1 Drittel. Da jetzt der Platz so ein bisschen knapp wird, hier alle weiteren Rechnungen auszuführen, male ich mal hier drüben hin, wie diese Matrix aussehen würde oder wie dieses Gleichungssystem aussehen würde und schreibe mal da diesen Wert von minus 1 Drittel schon mal an die passende Stelle hin. Also das Element in der ersten Zeile und ersten Spalte, das ist 1 Drittel. So, dann rechnen wir mal das nächste Element aus und damit das jetzt halt alles nicht zu lange dauert, machen wir das mal sehr einfach und sagen halt, wir wählen nur, wir gehen nur bis 2 in dieser ganzen Zählung. Also nicht bis n, natürlich nicht, sondern wir sagen halt, das n geht nur von 0, 1 und 2 und das j geht auch nur von 1, also hat die Werte 1 und 2. So, dass man jetzt in dieser, dass diese Matrix nur eine 2x2 Matrix ist und dann nur 4 Elemente auftauchen. So, dann können wir das nächste Element ausrechnen, das in der ersten Zeile und zweiten Spalte, also da, wo das j1 ist und das n gleich 2 ist. Also wieder das Integral von 0 bis 1. Jetzt brauchen wir wieder die erste Gewichtsfunktion, also x minus x², so wie wir das eben hatten und jetzt eben die zweite Funktion von diesen gs, also da, wo hier jetzt eben für n2 eingesetzt ist. So, dann steht hier 2 plus 1, das sind 3, 3 mal 2 sind 6, also minus 6 und x hoch 2 minus 1 ist x hoch 1 und das sind x, also steht da minus 6 mal x und das Ganze nach x integriert. Ja, auch die minus 6 hier, die kann man wieder vor das Integral ziehen. dann steht in dem Integral, ich schreibe das nochmal ausführlich hin, jetzt erstmal drin x² minus x hoch 3 und die wird von 0 bis 1 über die x, die minus 6 abgeschrieben und jetzt die Stammfunktion ausgerechnet, dann sind das x hoch 3 Drittel minus x hoch 4 Viertel und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1 und das kann man jetzt ausrechnen, das ist ein Drittel minus ein Viertel, das ist ein Zwölftel und ein Zwölftel mal 6 ist 1,5 und mit dem Minus davor gibt es halt minus 1,5. Also kommt hier raus minus 1,5 und das schreibe ich hier oben in diese Matrix ab, dann steht an dieser Stelle hier minus 1,5. Dann kann man das hier unten wieder löschen und dann können wir uns das nächste Matrix-Element anschauen. Man sieht, wie schon in dem vorherigen Video über die Grundlagen der Moment-Methode angekündigt, diese Bestimmung der Matrix-Elemente ist tatsächlich der aufwendige Teil jetzt bei der ganzen Methode. Es geht jetzt weiter mit dem Element in der zweiten Zeile und ersten Spalte, wieder das Integral von 0 bis 1, jetzt die zweite Gewichtsfunktion, das wäre dann x minus x hoch 3 und das Ganze erstmal wieder multipliziert mit der Funktion g1 und die war, wenn man sich erinnert, eben minus 2, weil hier eine 2 stand und hier eine 1 und dann x hoch 0 eben 1 war. So, das Ganze wieder nach x integriert, die minus 2 kann man vor das Integral ziehen und man kann die Stammfunktion hier direkt hinschreiben, das ist x² halbe minus x hoch 4 Viertel und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Die Grenzen eingesetzt, steht da 1 halb minus 1 Viertel ist 1 Viertel, 1 Viertel mal 2 ist 1 halb und mit dem Minus davor ist das Ganze wieder minus 1 halb. und ich schreibe die minus 1 halb ab hier in das Gleichungssystem oder in die Matrix und man muss jetzt nur noch das letzte Element in dieser Matrix berechnen. Ein Glück sind die ganzen Integrale, die hier zu lösen, sind eigentlich Draufschau-Integrale, die man ohne weiteres hier bestimmen kann. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Es geht wieder das Integral von 0 bis 1. Jetzt brauchen wir die zweite Gewichtsfunktion, die ist x minus x hoch 3 und brauchen hier eben auch die zweite Funktion g2 von x und die war minus 6 mal x. Das Ganze nach x integriert, den konstanten Faktor von minus 6 vor das Integral gezogen und erst mal das Integral vielleicht nochmal vernünftig aufgeschrieben, dann steht da x² minus x hoch 4, das Ganze nach x integriert, die minus 6 abgeschrieben und die Stammfunktion hingeschrieben, x² integriert ist x hoch 3 Drittel, x hoch 4 integriert ist minus x hoch 5 Fünftel, das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1 und jetzt steht da 1 Drittel minus 1 Fünftel, das ist im Kopf tatsächlich schon irgendwie ein bisschen schwierig zu rechnen. Man tut gut daran, das jetzt erstmal auf 15 zu erweitern. Dann haben wir hier, also wir müssen hier mal 5 rechnen, und hier auch mal 5 rechnen, dann haben wir 5 Fünftel minus, das Ganze hier mit 3 erweitert, also 5 Fünftel minus 3 Fünftel sind 2 Fünftel und 2 Fünftel mal 6 sind 12 Fünftel und 12 Fünftel mit dem Minus davor, so minus 12 Fünftel und jetzt kann man schauen, dass man das wieder durch 3 kürzt, dann steht hier minus 4 Fünftel am Ende da und damit ist minus 4 Fünftel das letzte verbliebene Matrix-Element in dieser Matrix. So, dann wurde diese Matrix multipliziert mit dem Vektor der unbekannten Entwicklungskoeffizienten und da wir jetzt eben nur zwei Basisfunktionen wählen, sind das auch nur zwei. Und auf der anderen Seite dieses Gleichungssystems standen jetzt die weiteren Matrix-Elemente und die hießen B. Ich lösche mal das hier unten kurz weg und es geht jetzt eben im nächsten Schritt darum, diese Bs auszurechnen, diese Groß-Bs, B, J und die waren so definiert, dass man eben auch einmal über das Integrationsgebiet, über das Lösungsgebiet integrieren musste. Das ist in dem Fall von 0 bis 1 und dann stand dort drin die J-Gewichtsfunktion multipliziert mit dieser Funktion h von x und das Ganze eben über x integriert. Ja, und das können wir jetzt mal eben auch ausrechnen für das B1. Dann steht da das Integral von 0 bis 1 von der ersten Gewichtsfunktion, die ist x minus x² und das Ganze multipliziert mit h von x und h von x ist minus x² und integriert nach dx. Jetzt kann man sich dieses Integral nochmal hinschreiben. Das Minus kann man vielleicht vor das Integral ziehen. Integral von 0 bis 1, dann steht da x hoch 3 minus x hoch 4. Nach x integriert kann man die Stammfunktion hinschreiben. Das ist x hoch 4 Viertel minus x hoch 5 Viertel und das Ganze eben in den Grenzen von 0 bis 1. Ja, und jetzt ist es halt wieder genauso. Wenn man diese Differenz der beiden Brüche hier im Kopf ausrechnen will, ist es nicht schlecht, wenn man mit 5 erweitert, hier vorne und mit 5 erweitert und das hinten halt mit 4 erweitert und mit 4 erweitert. Dann haben wir 20. Und dann 5 minus 4 sind halt 21. Mit dem Minus davor ist das Ganze eben minus 21. Und das ist das erste Element in diesem Vektor, in dieser rechten Seite dieses Gleichungssystems, minus 1,20. Und jetzt muss nur noch das zweite Element ausgerechnet werden, das B2. Und das ergibt sich eben wieder aus dem Integral von 0 bis 1 von der zweiten Basisfunktion, die ist x minus x hoch 3. und wieder multipliziert mit dem h. Das h ist minus x Quadrat nach x integriert. Das Minus wieder vor das Integral gezogen. Von 0 bis 1 das Integral nochmal vernünftig hingeschrieben. Dann steht da x hoch 3. Die 3 und die 2 hier ergeben minus x hoch 5. Das Ganze nach x integriert. Und langsam hat man die Bildung der Stammfunktionen von Potenzfunktionen verstanden. Dann steht hier x hoch 4 Viertel minus x hoch 6 Sechstel. Das Ganze in den Grenzen von 0 bis 1. Und auch hier, wo man jetzt eben die 1 einsetzt und diese Brüche ausrechnet, ein Viertel minus ein Sechstel. Der gemeinsame Nenner ist ein Zwölftel. Und man muss hier mit 3 erweitern und mit 3 rechnen und hier mit 2 erweitern. Und dann steht da 3 minus 2 ist 1. Also ein Zwölftel. Mit dem Minus davor ist das minus ein Zwölftel. Und das ist genau das Element, was dann hier hinten auftaucht. So, und damit ist schlussendlich dieses Gleichungssystem bestimmt. Und diese Zwischenrechnung hier lösche ich erstmal wieder weg. Und jetzt muss man als letzten Schritt eigentlich nur noch dieses Gleichungssystem dort mal ausrechnen. Das mache ich jetzt nicht vor. Also es geht eben darum, diese Matrix hier zum Beispiel zu invertieren, von der linken Seite mit dieser Matrix ran zu multiplizieren. Dann bleibt hier die Einheitsmatrix über. Die Einheitsmatrix mal diesen Vektor, ergibt diesen Vektor. Und auf der anderen Seite müssen wir auch die Inverse von dieser Matrix mit diesem Vektor multiplizieren. Und dann kommen die unbekannten Entwicklungskoeffizienten raus. Man kann das bei so einem 2x2 Matrix-System natürlich auch noch gerade so ohne die Hilfe von einem Computer machen und das jetzt hier einfach mit gaussischem Eliminationsverfahren lösen. Wenn man das mal macht, kommt man da drauf, dass der Entwicklungskoeffizient Alpha 1 den Wert minus 1 Zehntel hat und dass der Entwicklungskoeffizient Alpha 2 den Wert 1 Sechstel hat. So, damit kann man dann mit Hilfe von diesen Basisfunktionen hier natürlich die näherungsweise Lösung dieser Differenzialgleichung, die jetzt mit Hilfe der Momentenmethode auf zugegebener Weise etwas langwierigen Weg ermittelt wurde, hinschreiben. Das ist dieser erste Entwicklungsfaktor, also minus 1 Zehntel mal die erste Basisfunktion und die erste Basisfunktion ist die, wo das n den Wert 1 hat. Also x minus x hoch 2 und dann eben der zweite Entwicklungskoeffizient, das ist 1 Sechstel, mal die zweite Basisfunktion oder die zweite Entwicklungsfunktion und das ist die, wo das n den Wert 2 hat, also x minus x hoch 3. Und das Ganze ist jetzt eine näherungsweise Lösung für diese Differenzialgleichung und was man jetzt natürlich noch schauen kann und überprüfen kann, ist, wie gut stimmen jetzt eben diese Lösung hier oben und diese Lösung hier unten überein. Wie ähnlich sind die sich? Und die einfachste Variante ist, das natürlich grafisch miteinander zu vergleichen, indem man die jetzt eben beide mal zeichnen würde oder indem man einfach ein Computerprogramm zur Hilfe nimmt und diese beiden Funktionen mal in dem Gebiet, wo das x zwischen 0 liegt und zwischen 1 liegt, mal plottet und das habe ich hier schon mal vorbereitet und das Ganze sieht so aus, dass hier unten, auch wenn das x hier gerade ein bisschen abgeschnitten ist, das ist die x-Achse und das ist eben die y-Achse und in blau ist die exakte Lösung dargestellt und gestrichelt in grün ist die Näherung mit der Momentmethode. Man sieht, dass die zumindest an den Punkten am Anfang und am Ende natürlich exakt übereinstimmen. Das sind ja genau die Randbedingungen, die hier erfüllt sein sollten und man sieht, dass das in der Mitte näherungsweise auch ganz gut übereinstimmt. Der maximale Fehler ist vielleicht hier irgendwo in der Mitte und wenn man den jetzt mal so abschätzen würde, ist der maximale Fehler vielleicht ja 2-3% und dafür, dass jetzt hier eben nur zwei Basisfunktionen verwendet wurden, könnte man sagen, dass diese Näherung hier eben schon ganz gut ist. Wenn man jetzt mal ganz ein bisschen tiefschroffener über dieses Beispiel nachdenkt, kann man natürlich sagen, naja, wenn man jetzt mal hier in die dritte Funktion, ich mache das mal in rot, wenn wir jetzt mal die dritte Entwicklungsfunktion dann auch dazu genommen hätten, dann würde da halt stehen, x-x hoch 3 plus 1, also x-x hoch 4, das wäre dann genau die exakte Lösung dieser Differenzialgleichung. Wenn man das mal so macht und das jetzt konsequent weiterzieht, dann stellt man fest, da kommt tatsächlich eben raus, dass dann diese ganzen Entwicklungskoeffizienten a, alpha 1 und alpha 2 halt tatsächlich 0 sind und dass der Entwicklungskoeffizient alpha 3, den man dann ausrechnet, genau den Wert 1,12 hat. Wenn man mal Lust und Langeweile hat, kann man das mal ganz gerne ausrechnen. Also von daher ist diese Wahl der Entwicklungsfunktion, die bedingt natürlich, dass jetzt eine relativ gute näherungsweise Lösung, wie man in diesem Diagramm sieht, da eben herauskommt. So, jetzt kann man sich eben noch nachfolgend fragen, ohne Momentenmethode war diese Differenzialgleichung ja relativ einfach zu lösen und mit der Momentenmethode war die jetzt ja gar nicht so viel einfacher zu lösen oder beziehungsweise war diese Lösung nicht unbedingt kompliziert, aber zugegebenermaßen doch schon irgendwie relativ länglich. Das liegt eben wie am Anfang schon besprochen daran, dass das hier ein vergleichsweise triviales Beispiel ist. Wenn man jetzt mal hergeht und diese Differenzialgleichung ein bisschen verändert und da zum Beispiel einfach nur anfügt, dass auf der linken Seite dieser Gleichung mal noch hier zwischengefügt stehen sollte minus f' Strich von x zum Beispiel dann funktioniert diese einfache triviale Lösung die wir vorhin gewählt haben mit dem zweimal unbestimmt integrieren nicht mehr und dann wird die Lösung der Differenzialgleichung mithilfe der Momentenmethode gar nicht so wahnsinnig viel komplizierter also eigentlich als Basisfunktion als Gewichtsfunktion kann man erst mal genau das gleiche wählen und das einzige was ich dann eben ändern würde sind diese Funktion gn weil der Operator der dann jetzt eben auf die Basisfunktion wirkt das wäre nicht nur die zweite Ableitung sondern da würde jetzt hier eben noch die erste Ableitung dazukommen und die erste Ableitung die haben wir jetzt hier schon einmal aufgeschrieben das wäre dann eben wieder plus 1 minus n plus 1 mal x hoch n das wäre jetzt das was ich im Fall rot hier eben ändern würde naja gut und dann wenn sich das gn ändert dann müsste man eben diese A's ja auch alle nochmal neu ausrechnen man sieht die B's bleiben genau das gleiche weil an dem h ändert sich ja nichts dann würden eben hier in den in dem Gleichungssystem ein paar neue Koeffizienten drin stehen und dann würde man entsprechend auch andere Entwicklungsfaktoren oder Entwicklungskoeffizienten hier ausrechnen und würde hier unten wieder so eine schöne approximative Lösung rausbekommen die tatsächliche die exakte Lösung dieser Differenzialgleichung für diesen Fall rot hier wo noch die erste Ableitung auftaucht die wäre aber viel 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 länger oder also zumindest schon deutlich länger und deutlich komplizierter von Hand auszurechnen und in diesem Fall rot in diesem nicht so trivialen also immer noch einfachen aber nicht trivialen Beispiel wäre die Lösung per Momentenmethode dann tatsächlich gar nicht so viel komplizierter mehr als das jetzt von Hand zu rechnen oder wäre wahrscheinlich sogar einfacher als das von Hand auszurechnen ja das ist die Momentenmethode an einem einfachen Beispiel demonstriert wenn man jetzt dann die Momentenmethode tatsächlich mal auf ein praktisches praxisrelevantes Beispiel aus der Elektrotechnik loslassen will dann muss man da noch ein bisschen bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken das wollen wir jetzt nicht tun deswegen wollen wir uns erstmal mit diesem einfachen Beispiel begnügen